Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu Let's Play Together, Ghost infiziert mit miese Karotte. Er hat mir eine Nachricht geschrieben, ich soll ihn doch mal anschreiben. Äh, meine Stimme hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube ich bin jetzt endlich mal im Stimmbruch, euer YouTube Gamescom. Bis nichtsdestotrotz hat er mir eine Nachricht geschrieben, die ich richtig lustig und süß fand. Ich weiß, erstmal lustig, natürlich der Gamertag, miese Karotte und oben dann noch eine Karotte, finde ich lustig. Ich weiß, das hört sich komisch an. Aber kannst du mich in einer Folge zeigen, beziehungsweise mein Profil? Wäre nett und danke nochmals fürs Annehmen. Ja, natürlich mache ich das. Ich nehme dich gerne an. Ich schreibe, wenn du sowas schreibst. Äh, mache ich das? Willkommen auf YouTube, miese Karotte. Wir spielen auf der Map, den Namen ich nicht aussprechen kann, Soverein, Sovereigen. Sovereigen? Heißt das Sovereigen? Ich weiß gar nicht. Ah, ich glaube schon. Okay, fangen wir an. Mal gucken, wie sich mein PSN-Freund jetzt hier schlagen tut. Die miese Karotte. Äh, das dauert immer, bis man hier überhaupt ins Spiel kommt. Aber jetzt geht's los. Standardausrüstung eingepackt. Los geht's. Wir gucken nochmal nach oben. Da unten sind die Leute. Ja, miese Karotte ist auch schon am Start. Level 51 hat er sich hochgearbeitet. Nicht schlecht, aber mal gucken, wer jetzt der erste Infizierte ist. Ich schätze mal auf Killer Dude 13. Das wird der erste Infizierte. Mal gucken, ob ich recht habe. Und man, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. YouTube Gamescom. Erster Infizierter. Ich dachte gerade vom miese Karotte, das wäre ja echt böse. Das Gute daran ist, dass wenn man der erste Infizierte ist, dass man eine Schusswaffe besitzt. Am Ende befindest du, hast du dann nur noch die Pistole. Und jetzt geht es natürlich darum, natürlich die Leute, ja, du weißt schon, was ich meine. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon einen Infizierten. Ich bin jetzt nicht alleine, sondern wir sind jetzt schon zu zweit. Ne, zu dritt schon. Oh Gott, das geht ja richtig ab jetzt. Hey, moin moin. Alles klar bei dir? Wir sind natürlich ein bisschen schneller als Infizierter. Der Taktik-Einstieg wurde verhindert. Nein! Ah, Mann, ey. Das gibt's gar nicht. Ich habe nur gemerkt, mein taktischer Einstieg wurde zerstört. Wenn sowas ist, dann müsst ihr euch auf jeden Fall mal sicher sein, der Gegner kann nicht weit sein. So. Stützen wir uns ins Gefecht. What the fuck? Sorry, aber ich musste dich leider messern. Ja, die miese Karotte lauert da draußen noch. Die müssen wir jetzt aber uns besorgen. Laufen wir einfach mal ran hier. Laufen wir mal schnurstracks durch. So, ich dachte gerade. Noch ein Infizierter. Und die miese Karotte greift an, oder? Die miese Karotte. Guckt euch das an in der letzten Abschlusskamera. Er schießt mich. Das gibt's doch gar nicht. Schnell den taktischen Einstieg setzen. Damit ich nicht gleich hier wieder ans Ende gespawnt werde. So. Fünfer Abschlussserie erreicht. Yes, Baby! Wow! Ich muss, glaube ich, wieder einen Clan errichten. Den Moin-Clan oder so. Oh, da will einer ran. Da will einer abhauen. Guck mal, Baby! Och. Das ist mein Kill gewesen. So, eine Minute 50 haben wir noch. Und die miese Karotte ist immer noch im Spiel. Taktischen Einstieg besitze ich nicht mehr. Er ist alles schon weg. Besser ist auch schon weg. Ja, der ist ganz oben an der Liste hier. Hallo! Moin, Moin! Alle jemanden da? Keiner da. Ah, merkwürdig. Jetzt wird's knapp. Eine Minute 36. Das wollen wir ja nicht, dass die gewinnen. Da, 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 da. Da, 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 da. Moin, Moin! Okay, wie's aussieht, ist hier nichts. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier hoch und die Räume da hinten absichern. Aber irgendwie ist hier gar nix mehr. Seht ihr irgendwo jemand? Aha, da vorne. Ich glaub, da vorne ist einer. Miese Karotte hat schon wieder einen erwischt. Das gibt's doch gar nicht. So. Wo sind jetzt die Zombies? Logisch eigentlich. Aber wo ist die miese Karotte? Wo hat sich die miese Karotte versteckt? Wir werden's wahrscheinlich erst am Ende erfahren. 37 Sekunden. Jetzt müssen wir mal was machen. Ja, jetzt machen wir mal die Newbe-Taktik. Das ist ne ganz leichte Taktik. Newbe-Taktik bedeutet einfach blind drauf loslaufen oder so ähnlich. So, wo sind die Punkte? 20 Sekunden noch. Jetzt machen natürlich die meisten Fehler. Da ist einer gestorben. Da ist einer gestorben. Hoch! 10 Sekunden! Wo ist er? Wo ist er? Kommt, drei Sekunden noch. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht! Ha! Ha! Wir haben ne Niederlage erzählt. Das hab ich in meiner ganzen Laufbahn von Infiziert bisher noch nicht erlebt. Es hat Spaß gemacht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao! Und bis dann! Und edit miese Karotte! Ciao!